Moin aus dem Hamburger Westen. Mein Name ist Tobias Schmidt. Ich bin Chefarzt der Kaliologie und der Diabetologie im Westklinikum in Rissen. Unser Team behandelt das gesamte Jahr kardial erkrankte Patienten. Von Herzinfarkt über Herzinsuffizienz bis hin zur Prävention behandeln wir alle Patienten. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich oder unser Team.